Königin Maxima plus Prinzessin Amalia begeistern abgestimmten Look in der Karibik. Bei ihrer Landung am Bonnere International Airport geht es bei König Wilhelm Alexander. Königin Maxima und Prinzessin Amalia ganz schön stürmisch zu. Mit sezausten Haaren und wehenden Outfits posieren zum Start ihrer Karibikreise. Bei der Outfit-Wahl scheinen sich Königin Maxima, 51, und Prinzessin Amalia, 19, scheinbar abgesprochen zu haben. Beide wählen schicke Outfits in blau und weiß. Maxima setzt auf eine weiße Buntfaltenhose und sorgt mit ihren blauen Leinenbläser für einen spannenden Farbklecks. Amalia begeistert im blauen Kleid mit exotische Muster und trägt darüber einen weißen Bläser. Nur Wilhelm Alexander, 55, der im Krogenackfarbenen Jackett erscheint, tanzt farblich etwas aus der Reihe. Weitere spannende Royal Outfits finden Sie hier.